Dadurch, dass es jetzt relativ kühl ist und feucht ist, erhärtet diese Bitum-Dickbeschichtung nur sehr, sehr langsam aus. Eigentlich heißt es vom Hersteller drei Tage, aber mir hat es echt über eine Woche gedauert. Und wie ihr sehen könnt, steht da auch drauf, Dickbeschichtung 1-2-K, also meiste im Sommer habe ich es nur ein komponentig verwendet. Jetzt würde ich es zwei komponentig verwenden. Da gibt es von Weber, da gibt es so eine Pulverkomponente. Da steht wenig Informatives drauf, hier gibt es die Warnung, weil es eben Zement wohl enthält. Was genau die Pulverkomponente ist, wird leider nicht verraten. Also ein Eimer wird mit zwei Kilo von dieser Pulverkomponente vermischt, hier seht ihr es. Da steht auch drauf, WT, wahrscheinlich Weber Tech, 9-1-15, zwei Kilo. Da steht nicht drauf und man soll einen Rührpattelgröße 4 verwenden. Gibt es auch von Weber für 40 Euro, das war mir aber zu teuer. Stattdessen habe ich mir hier aus einer Baustahlmatte, habe ich mir das gebogen. Also bei dem Originalrührpattel sind es unten 15 cm oder 150 mm Abstand von diesen beiden Ärmchen. Das habe ich jetzt auch ungefähr gemacht. Und diesen 6er Baustahl kann ich eben guten Akkuschrauber einspannen. Und jetzt mal schauen, ob der Akkuschrauber es schafft, das Ganze hoch zu rühren. Ich denke, das wird irgendwie gehen. Wie gesagt, 40 Euro ist das ja auf keinen Fall wert. Jetzt vermische ich das beides mal. Und dann werde ich mich etwas beeilen, wenn man eine Verarbeitungszeit hat von etwa 1,5 Stunden. Aber die Hoffnung ist eben, dass es dann schon nach 4 Stunden wasserbeständig ist und dann auch hoffentlich schneller aushärtet. Ich habe die Dickbeschichtung jetzt einmal rumgerührt mit der Kelle. Und wie man hier sieht, das ist jetzt gerade noch so ein halber Eimer. Das passt. Das ist das, was ich in einem Eimerauftragschritt brauche. Und da werde ich dann jetzt einfach so ungefähr einen halben Beutel reinkippen. Eher ein bisschen weniger als zu viel. Denn es härtet ja auch aus ohne diese Pulverkomponente. Das heißt, wenn man weniger reinmacht, dann härtet es halt ein bisschen langsamer aus. Also mein Pulverkomponente jetzt ganz gut. Und jetzt kommt mein Pulver rein. Jetzt verrühre ich das wieder. Das ist ja auch sehr, sehr gut. Spannende Musik so sieht mein werkzeug jetzt aus man muss wirklich sagen es hat super funktioniert also falls ihr mal das vermischen müsst nehmt euch ein stück baustahlmatte flex das kurz ab biegt euch da diese zwei ärmchen um abstand 150 millimeter und dann habt ihr so eine rührpaddel größe 4 wie von weber empfohlen und quasi fast umsonst wenn ihr so ein restbaustahl hat bei dem werkzeug ist immer wichtig dass man das jetzt sofort mit wasser ablässt sonst kriegt man das bitumenzeug nicht mehr weg das heißt die nehme ich jetzt erstmal mit und spritze das kurz mit dem schlauch ab aber ansonsten seht ihr habe ich eine schöne homogene masse und die werde ich jetzt schnell aufspachteln ich werde jetzt die bitumen masse aufspachteln ich habe mir auch so eine große spachtel geleistet mal schauen ob das gut funktioniert ja das geht natürlich schnell so jetzt spachtel ich die ganze wand wenn es trocken ist kommt eine zweite schicht rüber es muss so fest sein dass man eben die erste schicht nicht wieder weg greift also je nach witterung vielleicht geht es ja schon in zwei drei stunden ansonsten einfach morgen